Hallo und willkommen bei Hardware Hard. In diesem Video das Update zu meinem Gaming-PC und zu meinem Schreibtisch. Es haben sich ja sehr, sehr viele gewünscht, dass ich dazu jetzt mal endlich mal wieder ein Update mache. Das mache ich jetzt auch. Fangen wir mal an beim Keyboard. Das ist immer noch mein G15 Refresh. Ist auch schon ein paar Jahre alt. Habe ich damals für, glaube ich, 50 Euro gekauft. Daneben meine Rocket Cone Pur. Davor hatte ich ja die Cone Plus. Die ist aber kaputt gegangen. Dann durfte ich mir eine neue raussuchen, weil die Cone Plus nicht mehr im Mediamarkt war. Für denselben Preis, also für 90 Euro. Dann habe ich einfach den Nachfolger die Cone Pur genommen. Darunter ein großes Maus-Fact, das Rocket Taito, von dem ich eigentlich bloß so viel Platz benötige. Also ich hätte eigentlich sparen können. Dann als Monitore habe ich drei Stück von BenQ. Zweimal den 2450HM, glaube ich. Und einmal den 2411T. Der 2411T ist ein Gaming-Monitor mit 144 Hertz. Der hat 270 Euro gekostet. Die beiden anderen Monitore haben jeweils 150 Euro gekostet. Da habe ich meine Game Capture Card und mein Audio Interface. Das Audio Interface ist von Focusrite, das ist das Sapphire 14. Das ist dafür da, um mein Mikrofon zu betreiben und meine Kopfhörer. Und drüber von Kaiser Bass die Game Capture Karte. Die hat 110 Euro gekostet. Und das Audio Interface hat 200 Euro gekostet. Das sind meine Kopfhörer. Das sind die Biodynamic T90. Die haben 450 Euro gekostet. Und das ist mein Mikrofon, das Rode NT1A. Das hat 200 Euro gekostet. Und dazu noch einen Mikrofonständer für 50 Euro. Das ist praktisch so ein Mikrofonarm. Ich will praktisch aufnehmen, runterklappen. Ist ganz praktisch, vor allem weil man dann nicht so einen blöden Stapel vorm Gesicht hatte, wie bei Mikrofonständern. Also ich finde, die 50 Euro waren gut investiert. Und jetzt zum Herzstück. Mein PC. Das Gehäuse ist ein Cooler Master CM Storm Enforcer. Hat glaube ich so ungefähr 80 Euro gekostet. Hat eigentlich vorne einen rot leuchtenden LED-Lüfter drin. Müsste auch beim letzten Video noch drin sein. Allerdings habe ich die gegen zwei leise 120mm Lüfter getauscht. Also ich habe jetzt insgesamt drei von den leisen 120mm Lüfter drin. Weil ich mag es nicht sonderlich, wenn mein PC laut ist. So, von hier gesehen hat sich nicht sonderlich viel geändert. Aber darunter steckt jetzt ein Z77 Pro 3 Board mit dem Intel Core i7-3770K. Ja, den habe ich noch zu der Zeit gekauft. Da gab es noch gar kein Hasbro. Das Board habe ich gebraucht aus dem Hardware-Lux-Forum für 65 Euro. Und den Prozessor habe ich glaube 280 Euro für gezahlt. Auf dem Prozessor sitzt der Kühler, der Dark Rock Pro C1. Der hat 60 Euro glaube ich gekostet. Darunter ist die Grafikkarte, die GTX 660 Ti. Da habe ich noch 300 Euro für gezahlt. Das war knapp nach dem Release. Da unten ist eine Firewire-Karte für mein Audio-Interface. Also es wird nicht mit USB verbunden, sondern mit Firewire. Und da brauchte ich eine Firewire-Karte. Das Netzteil ist ein 580 Watt Be Quiet Straight Power E9. Dafür habe ich glaube, damals war im Sonnenangebot, glaube nur 85 Euro oder so für gezahlt. Dann oben noch ein Standard-DVD-Brenner, den ich aus meinem ersten PC habe. Da ist die Seagate Barracuda 7200.12. Also der Vorgänger der .14. Die war auch noch in meinem ersten PC drin. Und hier als SSD die Samsung 830 mit 128 GB. Da habe ich noch 200 Euro für gezahlt, war es glaube ich. Ja, SSDs waren mal teurer als heute. Und sie werden bestimmt auch noch billiger. Jo, dann war es es eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auf meiner Facebook-Page ist es ein bisschen lahm. Also bei 13.000 Abonnenten habe ich nur 500 Likes. Ich verlinke die mal unten. Wäre mal nett, wenn ihr die liked. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.